Ich heiße Irene Lang und bin Kardiologin im Allgemeinen Krankenhaus an der Medizinischen Universitätsklinik Wien, die eines der drei großen BH-Zentren in Österreich ist. Es gibt auch in Linz ein weiteres BH-Zentrum, das darf ich nicht vergessen. Wir arbeiten alle gemeinsam an einer seltenen Erkrankung, die heißt pulmonale Hypertension und sie stehen für unsere Patienten und auch für die Wissenschaft zur Verfügung. Ich habe dadurch, dass die Krankheit selten ist, sehr viel gelernt während eines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten und während zahlreicher Besuche danach. Ich glaube, wir können nur in einem internationalen Effort, also in einer internationalen Anstrengung und gemeinsamen Kraftentwicklung wirklich hier etwas bewegen und neue Therapien finden. Ich werde Fragen beantworten für einen Kurs, der dazu dient, dass Sie als Patient oder Patientin Ihre Fragen bezüglich der Behandlung von Lungenhochdruck abgebildet finden.